Heute verrate ich dir das größte Geheimnis allen Wissens, nämlich der Unterschied zwischen implizitem und explizitem Lernen. Willkommen zurück Abiturdäten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und eine der krassesten Realisierungen, die ich in Bezug auf mein Psychologiestudium kombiniert mit meiner Arbeit als Abiturcoach hier gemacht habe, ist einfach der unfassbar krasse Unterschied zwischen implizitem und explizitem Lernen und dem daraus resultierenden implizitem bzw. explizitem Wissen. Und ich muss echt sagen, das war so erschütternd für mich, als ich das erkannt habe. Also ich habe es lange schon intuitiv richtig gemacht und ich glaube es war auch ein großer Faktor für meinen Erfolg in der Oberstufe. Aber das wirklich dann hinterher durch mein Studium auch mal psychologisch noch mal zu verstehen und dann zu erkennen, shit, deswegen haben so viele so ein krasses Problem auch einfach Stoff richtig anzuwenden und auch die Noten zu bekommen, die sie sich wünschen würden. Das war für mich crazy. Deswegen dieses Video, da dürft ihr euch sehr gespannt darauf sein. Und zwar wir starten direkt rein. Implizites vs. explizites Lernen. Was ist der Unterschied? Wenn ich dich frage, was ist die Hauptstadt von Frankreich? Dann ist deine erste Reaktion wahrscheinlich Paris. Du denkst kurz drüber nach, rufst das explizit ab, also quasi direkt oder zumindest ausdrücklich. Du kannst es abrufen und gehst dann dazu über, das auch einfach konkret auszusprechen. Das heißt, das ist explizites Wissen. Du weißt sozusagen, es ist einfach ein Fakt, eine Zahl. Du weißt einfach eine konkrete Sache. Und um sie abzurufen, musst du erstmal in den Kopf gehen, kurz drüber nachdenken. Ah, Frankreich, siehst du vielleicht eine Karte, wenn du wirklich ein sehr visueller Typ bist. Und dann, ah ja, da ist Paris. Ah ja, okay, Hauptstadt Paris. Was ist jetzt der Unterschied zu impliziten Lernen? Denn explizites Lernen ist ja ziemlich genau das, wie unser ganzes Schulsystem aufgebaut ist. Du machst in der Schule fast nichts anderes, als explizit zu lernen. Du bekommst irgendwie einen Haufen Informationen in Form von einem Text oder von was auch immer. Da sollst du die lernen und die dann hinterher klar wiedergeben können. Das ist eigentlich unser ganzes Schulsystem. Okay, was ist implizites Lernen? Implizites Lernen ist folgendes. Wenn ich sage, Stuhl. Sofort in deinem Kopf einfach so ein Bild von einem Ding. Sieht bei jedem unterschiedlich aus, aber je nachdem, was man abgespeichert hat. Aber es ist einfach so ein Ding mit vier Beinen halt, so einer Fläche zum Hinsetzen und in den meisten Fällen noch eine Rückenlehne. Bing. Du hast nicht drüber nachgedacht, Stuhl. Wann habe ich jetzt mal einen Stuhl gesehen? Ah, das war da. Ah ja, so sah der aus. Sondern man sagt Stuhl, warm sofort in deinem Kopf. Eisbär. Du hast sofort so ein Eisbär im Kopf. Einfach so ein weißer, so ein weißes Tier mit so ein paar Krallen und was eigentlich gar nicht so, so, ähm, sieht eigentlich ganz harmlos aus. Aber trotzdem so, hast du sofort im Kopf. Wenn ich sage, Lampe. Du hast sofort dieses runde, leuchtende Ding in deinem Kopf. Du kannst fast gar nicht so dagegen tun. Deswegen habe ich es auch wirklich als Geheimnis, wenn ich fast als Wunder betitle. Weil es ist fast wie Magie. Du sagst einfach, Lampe, es ist in deinem Kopf. Aber du hast dich doch noch nie, und das ist nämlich das Spannende. Du hast dich doch noch nie in deinem Leben hingesetzt und zum Beispiel konkret auswendig gelernt, wie ein Stuhl aufgebaut ist. Du hast noch nie gelernt, okay, Stuhl, vier Beine, eine Sitzfläche, eine Rückenlehne. Nein, Mann. Du hast einfach erlebt, immer wieder gesehen und es ist einfach drin. Genau das gleiche, was zum Beispiel auch ein richtig geils Beispiel für implizites Wissen ist, ähm, gehen. Ja, einfach gehen. Gehen selbst. Hast du, bei den letzten tausend Mal, wo du versucht hast zu gehen, wie oft davon bist du auf die Schnauze geflogen? Vielleicht zwei, drei Male? Aber, das lag dann nicht daran, dass du nicht gehen konntest, sondern weil du über irgendwas rübergeschraubt bist oder so. Sprich, wir können mit hundertprozentiger Sicherheit einfach gehen. Ja, wir gehen einfach nur. Du denkst aber während dem Gehen nicht drüber nach, also wenn das jetzt der Bonus, okay, erst die Ferse und dann so und dann so und dann trinke ich mich mit dem Ball wieder ab. Nein, Mann, du gehst einfach. Du gehst einfach. Und das ist jetzt auch das Lustige, zum Beispiel im Sport. Was machst du denn im Sport? Du lernst sogar im Sportunterricht, wo es eigentlich nur um auch so Bewegungsabläufe geht, auch das lernst du explizit. Sprich, man sagt, okay, Schritt 1, keine Ahnung, zum Beispiel beim Volleyballaufschlag, du machst den Arm nach hinten. Dann möglichst weit aufspannen, dann so, dann so, dann so, dann das und dann 7, 8 und dann gibt man jedem Schritt noch einen Namen, den du dann auch noch explizit, also im Prinzip auswendig, also quasi so als Fakt lernen sollst. Und dann erwartet man von dir, dass du das entweder in einem Test wieder niederschreibst, aber noch ein geiler natürlich, dass du das dann, wenn du es dann, nachdem du es theoretisch gelernt hast, dass du es dann auch als Technik sofort besser machst. Und man merkt ja schon einfach im Unterschied von den beiden Lernarten und den daraus resultierenden Wissensformen, was einfach wesentlich effizienter ist. explizit, saulangweilig, weil du musst wirklich einfach das, dann das, dann das lernen. Es ist super ineffizient, weil wir müssen es super aufgeholt haben, damit es drin bleibt und so weiter. Und vor allem, es bleibt nicht lange gespeichert. Du musst konkret darüber nachdenken, bist gefährdet gegen Blackouts und so weiter. Das ist immer explizit. Aber implizit, implizit, wenn du Dinge implizit abgespeichert hast, bist du safe gegen Blackouts. Das ist noch ein Bonuspart, ja. Das heißt, das ist so, wie wenn du, du musst vor nichts mehr Angst haben, weil es wäre so, als hättest du Angst davor, dass du nach der Prüfung nicht mehr aufstehen kannst, weil du vergessen hast, wie du gehst. Wird dir nicht passieren. Das heißt, wie funktioniert implizites Lernen denn? Implizites Lernen funktioniert im Prinzip immer dadurch, dass du eben nicht versuchst, es dir zu merken, sondern dass du sofort in die Übung und in die Anwendung reingehst. Ein Beispiel, Mathe ist perfekt. Das bedeutet, du, was du explizit machen kannst und mit explizitem Lernen fängt es meistens an, ist, dass du wirklich dir einfach mal anschaust, okay, was sind denn so die Grundverfahren? Welche Schritte sind das? Und das machst du aber nur einmal oder einfach nur kurz am Anfang, weil das machen die meisten Schüler falsch, sie bleiben dann in diesem expliziten Lernen. Sprich, die gucken sich zum achten Mal, neunten Mal, zehnten Mal explizit, also konkret die Schrittfolge an und sagen sich so, okay, also wenn das so eine Aufgabenstellung ist, dann brauche ich dieses Verfahren und das Verfahren ist mit Schritt 1, 2, 3, 4, okay, okay, okay. Und ich versuche es so in den Kopf reinzubekommen. Was du aber machen sollst, nachdem du das hier zum ersten Mal durchgelesen hast, sofort ins implizite Lernen zu gehen, das heißt, du sofort in die Anwendung gehst. Sprich, du nimmst dir einfach die erste Aufgabe, die in Bezug auf dieses Verfahren, die vielleicht vom Lehrer gestellt wird oder was, vielleicht gibt es auch eine Übungsseite in deinem Buch und dann fängst du damit einfach an und du versuchst sofort anzuwenden. Weil in der Anwendung wirst du am Anfang, wenn du anfängst, es anzuwenden, wirst du noch total in diesem expliziten Wissen drin sein, weil du hast ja bisher nicht mehr. Das heißt, du bist da drin und überlegst dir, okay, was war nochmal der erste Schritt? Ah ja, okay, dann vergleichst du es vielleicht nochmal und du gehst immer wirklich so strittweise von so Informationspaket für Informationspaket gehst du vor und dann machst du es einmal durch und dann machst du so eine Aufgabe nochmal und du musst vielleicht bloß noch halb so oft drüber schauen und du machst es öfter und du machst es öfter und auf einmal wird dieses Verfahren, was du davor explizit dir angeschaut hast, wo du es einfach vom Lehrer bekommen hast, okay, es ist so, 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 das wendest du dann im Prinzip so oft an, dass es für dich so automatisch wird wie gehen. Also, dass du im Prinzip das dann zu implizitem Wissen machst. Weil das Geile ist dann, dann passiert dir nämlich genau das Gleiche wie bei mir in der Oberstufe vor quasi jeder Mathe-Klausur und zwar, ich war richtig gut in Mathe, ich habe auch immer 13, 14 Punkte oder so geschrieben, manchmal einmal sogar 15 und konnte aber davor nicht sagen, wie die Verfahren heißen. Also, die ganzen, vor allem die Mädels, muss man wirklich sagen, die haben halt immer angeschaut, okay, wie heißt das, was ist Schritt, 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 mich hat es nur ganz kurz interessiert und dann habe ich einfach Übungen gemacht, Übungen, 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 Übungen und im Prinzip war es dann wirklich so, ich habe eine Aufgabe gesehen und ich wusste einfach intuitiv sofort, was ich machen musste, weil ich einfach schon so oft sowas durchgerechnet hatte, aber ich hätte das Verfahren niemals benennen können. Ich hätte wahrscheinlich noch nicht mal die konkreten Schritte dir sagen können. Sprich, ich stehe unmittelbar vor der Klausur, in der ich dann 14 Punkte schreibe, aber wenn irgendein Mitspieler zu mir gekommen wäre und gefragt hätte, hey Leo, weißt du, was drankommt, kannst du mir das nochmal erklären? Ich hätte wahrscheinlich nicht gekonnt, weil es ist so in mir drin. Stell dir mal vor, es kommt ein Alien und stellt dir die Frage, sorry, kannst du mir erklären, wie Gehen funktioniert? Du müsstest erstmal nachdenken, das heißt, du müsstest aus dem impliziten Wissen wieder explizites Wissen machen. Sprich, du hast das implizit drauf, also total verinnerlicht im Prinzip, machst das automatisch, zack, zack, und dann musst du aber überlegen, warte mal, was mache ich denn eigentlich beim Gehen? Ich drücke hinten auf der Ferse auf, dann da, okay. Ah ja, so geht man, dann versuchst du es ihm irgendwie so zu erklären. Das ist auch der Grund, warum unser ganzes Schulsystem auf explizitem Wissen basiert, weil du brauchst explizites Wissen, um das von der einen Person zur anderen Person zu bekommen. Aber für dich selbst, um es zu lernen und dann auch richtig gut anzuwenden, brauchst du implizites Wissen. Deswegen, sei auch nicht angepisst auf die Lehrer, dass sie dir explizites Wissen geben. Sie können dir ja nicht das, was sie verinnerlicht haben, einfach direkt dir übertragen. Können wir vielleicht irgendwann ein paar Gehirntransformation machen. Aber aktuell brauchen wir eben noch Wörter und konkrete, explizite Informationen, um das weitergeben zu können. Deine Aufgabe ist es jetzt nur, nicht bei dem expliziten Wissen zu bleiben, wie es fast alle Menschen machen, sondern, dass du, nachdem du es, kurz so aufgenommen hast, möglichst schnell zu deinem eigenen impliziten Wissen machst. Und sobald du das dann hast, wirst du viel mehr Spaß haben, weil du wirst einfach immer mit dem Stoff arbeiten, du wirst den Sinn davon verstehen, du wirst sofort in die Umsetzung kommen, erkennt, oh man kann ja mit dem Stoff auch was machen, das heißt, es macht mehr Spaß. Du wirst es viel tiefer verarbeiten, Theorie der Verarbeitungstiefe, dass du wirklich das einfach drinnen hast und vor allem, es ist einfach ein Teil von dir und damit bist du einfach super gegen Resistent, auch gegen Blackouts und das ist einfach eine hammerkranke Kombination. Deswegen achtet unbedingt auf diese Unterschiede, geht möglichst schnell ins implizite Wissen und eure Noten, Schule wird euch mehr Spaß machen, ihr werdet wesentlich bessere Noten bekommen und ihr habt auch, müsst euch keine Angst mehr haben, dass ihr in irgendeiner Klausur es mal richtig verkackt. Und ja, ich hoffe, ihr seid genauso excited über diesen kranken Unterschied. Ich finde es echt nach wie vor heftig und wende es immer mehr auch in meinem eigenen Leben an. Ich mache mir zum Beispiel von Büchern gar keine, ich mache mir keine Notizen mehr, nicht mehr wirklich. Manchmal schon, wenn es sehr wichtig ist, aber vielmehr versuche ich sofort, das, was ich gelesen habe, direkt auf mein Leben zu übertragen und zu fragen, was würde ich damit machen. Das heißt, anstatt mir es nochmal aufzuschreiben, ich arbeite in meinem Kopf sofort damit. Damit mache ich fast alles Wissen zu meinem impliziten Wissen und habe es in Anführungsstrichen nicht immer sicher, aber wesentlich dauerhafter abgespeichert als bei explizitem Wissen. In diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich, wir beide hören uns im nächsten Video, dein Leo. I wanna know, what the fuck is a team? Nobody gonna work harder than me, especially if it's my dream. I can't let none of these looks intervene, no. My city's blessings I can't even see, praying that I get to breathe, yeah.